So, jetzt sind sie hoffentlich behoben und wir können weitermachen. Ja, ja, ja. Ja, sie sind weg. Naja, das ist halt so, wenn der Dazzle manchmal so aushält, manchmal nicht. Okay. Okay, reakt massiv, fertig. Bräuch ist auch etwas so effektives wie Schnabel oder so. Stop it, man. Mach ihm platt, mach ihm platt. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Bist. Komm schon. Noch ein oder zwei Windstöße und du hast es. Yes, fantastic. Okay, Gero wird Duflur in den Kampf schicken. Ja, wir wechseln wieder zu Stief. Dann setze ich jeden Moment mal, wenn ich etwas Luft habe, Erholungen. Okay, da der mit Absorber nur kommt, machen wir das. Dann ist er erstmal geheilt von seinem Gift. Stief ist eingeschlafen und genießen. Das zieht nicht viel und deswegen kann ich es mir erlauben. Hoffen, dass es jetzt ein Vortreffer war. Noch ein oder zwei und dann ist Stief wieder in Ordnung. So, Stief ist aufgewacht. Jetzt gibt es gleich, wie man es auch so schön sagen kann, aufs Fressbrett. Und tschüss. Also die Arena ist trotzdem kein Problem mit meinem Doppelvogel-Team. Und Stief steigt auch gut auf. Fabi, du siegst die Göre. Oh, du Grubian. So, kämpfen wir noch. Ich habe die Ehre, ich liebe Pokémon-Kämpfe. Schön für dich. Und wie viel hast du? Ein einziges. Oh wei. What the fuck? Ich dachte, Ostern ist schon längst vorbei. Er erinnert mich teilweise an Eggman aus den Batman-Comics. Staccato. What the fuck? Das ist auch so ein Mehrfallangriff. Ich meine es, die mit Eiern um sich oder was? Faune-Eiern. Na gut. Das viel schaffen wir aber, wenn er nur so viele Eierlöcke hat. Die ziehen ja nicht sonderlich. Oh, dreimal. Hey, stop it. Viermal. Fünfmal. Äh, was geht denn da bei dir? Okay, etwas los kann, aber wir versuchen es. Was ist nach dieser Verkunft zu heilen? Ah, der hat gekriegt daneben. Dann machen Platz. Komm, du schaffst jetzt. Nein! Ich dachte, du schaffst es mit diesem Schlag. Oh, oh. Reflektor. Was passiert jetzt? Er hält Panzer. Okay, das ist jetzt was kann. Aber komm, Steve, Steve, Steve. Äh, Kirak, meine ich. Warum sag ich Steve? Das ist Kirak. Yes! Wir haben es geschafft. Wow, das war etwas hochgepokert. Aber, jetzt können wir ihn nicht mehr entheilen. So viele sünnlose Scheiße dabei. Ich glaube manchmal, dass ich den Mundstein oder so was anderes alles brauche. Aber egal. Ist es bitte nicht wohl, voll einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingelegt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Erinnerleiter von Plus meiner CDI. Ich liebe die Kräfte der Natur. Quatsch nicht, wir kämpfen los. Fight. Round one. Fight. Was ist denn mit der App gewonnen? Die Meditator, die Chilter so in der Basket. What the fuck? Die Chilter so in der Basket. Oh, jetzt haben wir ein Problem, wenn das nur so wenig sieht. Oh, sag mal. Alle machen Wigley. Das ist doch so fischelig. Dass dir nichts anderes einfällt. Das ist ein Zehn, ja. Oh, ohne Mist. Ich habe eben Sarah zieht. Scheiße, nein. Ich traue meine eigene Videos kaputt. Stop it. Oh, shit. Jetzt käme ich mal zum Angreifen und da muss ich den Superdrink verwenden. Nein, gibt es nicht. Das habe ich auch gemerkt. Nein. Gut. Das ging daneben. Dann jetzt mal fertig. Sie hat nur drei Pokémon, aber das kann trotzdem sich ganz schön in die Länge ziehen. Merke ich hier gerade. Nicht schon wieder wickeln. Komm schon. Okay, tack. Sein Tapfer, du Häls. Ja. Sehr schön. Nein. Diese scheiß Wickler-Tacke, ey. Das muss doch nicht sein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Komm schon, mach es fertig. Oh, das ist so. Sieht zu wenig. Kann nichts. Gib nicht. Stop it. Stop it. I'm a cop, you idiot. Oh, shit. Oh, knapp. Ich hab. Mh, ein. Gebt nicht. Was? Nein. 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 Die hat dir viel geheilt. Das kann lange dauern, wenn es so weitergeht. Nein. Nein, 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 nein. Ich mach hier voll die Geräusche. Nein, 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 nein. Ja, ich kann es mir nicht mehr mit andungen hier. So ist die, jetzt mal fertig. verfluchte wickler attacke er gibt es ich komme auch mal zum angreifen bitte die attacke stresst mich so ich habe am liebsten lust das modul rauszureißen wegzuschmeißen das let's play zu löschen wegen euch bauern also so muss das laufen nein scheiß giftpuder ist das war das ein krampf tangela was ist das nein what the fuck für ist denn die entlaufende spaghetti hin ich sehe mich echt an diese spaghetti so aus der muppet show mit diesem koch es versucht hat er immer zu erwischen dieses wie das ist ja noch so eine scheiß umklammerung taktik okay was hat wenigstens nicht so eine wirkung wie wickel gehabt gifloch nein was ist denn das hier für flower power das sieht aus wie weiterentwicklung hat nur wenigstens was geht ab was geht ab macht ihr so denn top stop it nein 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 okay ich setze es mal möglich an die haben schon die menschlichkeiten wort der fack die die stop it es ist mein wir zerschneidern ist was ich wieder aufgewacht was die flösser wird wohl und da und damit gehört uns der vierte orden ich muss meine niederlage eingestehen deine stärke ist beachtlich ich übergebe dir den verborgen verborgen ist und dass er sich dann befehlen folgen außer dem kinder der nun stärker außerhalb von kämpfen anwenden nimm bitte doch diese geschenke ich muss neid nicht schmeißen scheiß münzkorb ich brauchte nicht obwohl konnte mich auch nicht haben weg mit dem ist so jetzt so ein kinder die nehmen bitte noch dieses geschenk thema 21 mega sauber das ist sowas wie der absorber das hört sich wie eine für mich wie eine weiterentwickelte form von dem absorber an dann geben wir das doch mal movie und ersetzen dadurch den absorber denke ich mal ja warum nicht das war ein pokémon center wegen euch schon wieder ja chillt, chillt, chillt gut da das jetzt auch geklärt ist können wir gleich vorbereitung treffen für die nächste route die wir einschlagen werden aber erstmal muss ich hier heilen äh, ja, heilen auch und vorher zerschnallen wir hier und gehen wir doch nochmal kurz einkaufen ja, Kegelag wurde besiegt, ich hab's mir fast gedacht ach, hier ist gar kein pokémon center scheiße, ich hab mich schon wieder voll verfranziert wo, wo bin ich? wo bin ich? ich nehm's Fahrrad damit geht's schneller ich bin irgendwie voll fußfaul voll lauffaul haha Bevor ich einkaufen gehe, in welche Richtung ich muss. Was haben die Geschichte? Nee, nee, da unten. Egal. Ich will eh erst einmal... dahin. Moran ist die jetzt, das Ding? Okay. Vorher brauche ich nur wieder mein Fahrrad. Ah, bevor ich vergesse, geh mal einkaufen. Was ist denn das jetzt? Wo bin ich jetzt hier rein? Was bist du für ein Vieh? Vieh, Vieh, aha. Was willst du hier? Ach, warte mal, hier, genau. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Maut, ich bringe sogar Geld wieder nach Hause. Schön für dich. Ach, hier war das mit dem Keller, oder was? Die haben die ganze Zeit auch von Team Rocket gelabert. Aha. Was? Ich kann doch Items ablegen. Nein. Nein, 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 nein. Erstmal nehme ich die Karte wieder auf. Das verändert natürlich einiges. Ja, scheiße. Nein, kann ich nicht. Dann habe ich, warum muss ich ja immer hierhin zurückkommen. Nee, dann lassen wir das. Ich muss ja dann immer wieder zu diesem PC. Das will ich nicht. Nee, nee. Forget it. Dann lieber fluch ich darüber. Die Geschichte ist schon von mir. Es ist ja gar nicht süß, aber Misty mag ich auch. Aber nicht zu vergessen, Sabrina. Okay, hier sind irgendwelche Virdos. Wo lande ich jetzt hier? Auch nix. Nee, ich habe keinen Nerv, immer die ganze Zeit in diese Stadt zurückzukommen. Weil das zieht sich ja doch schon dann ganz schön in die Länge. Nur um die Sachen abzulagern. Nein, schmeiß mir lieber ein paar weg, die ich nicht brauche. Okay. Äh, ja. Gut. Ich wollte sowieso eigentlich nicht in dieses Gebäude. Ich wollte hier rein. Äh, ich muss hier erstmal runtergehen. Genau. Einkaufen. Äh, was heißt runter? Hoch wollte ich gehen. So ein Quatsch. So, jetzt muss ich mal gucken. Den Münzkorb brauche ich nicht. Was? Was? Wieso nicht? Wollte mich verarschen, ihr Penal. Ich will dieses Item nicht. Gibt es damit. Kann ich das Helix was nehmen? Ey, komm, bauert euch. Das verwende ich doch nie. Nein, ja toll. Deine Teams kann ich nicht kaufen. Weil ich mich doch jetzt auf irgendwas beschränken muss hier. Dann kaufen wir halt ein paar Supertränke noch. Ah. Nicht sehr benutzervollig. Ich meine, ich könnte die Items ablagern. Das hat keinen Nerv, immer wieder zurückzukommen. Obwohl... Warte mal, wenn ich jetzt gegen Gift gekauft habe, gehe ich nochmal zurück. Ich habe es, ich lasse den Münzkorb hier, den brauche ich nicht. Ich lasse mal die, ich lege jetzt die Items da, diesen PC ab, die ich überhaupt nicht verwenden will. War das hier drin? Ja. Und jetzt eine Etage hoch, ne? Ja. Es gibt zwar keinen Nerven mehr, in dieses Gebäude hier zurückzukommen. Oder nicht unbedingt Zeit und Lust. Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Aber das sind so Sachen, die kann ich hier ablegen. Ich meine, den Eis-PC und den Bild-PC, den gibt es ja überall. Aber das mit dem Items-Lagerungs-Team ist schon... Das hätte man aber ein bisschen besser ausbauen können. Mondstein verwende ich auch nicht. Ich lasse jetzt mal hier. Felix-Versil verwende ich auch nicht. Lasse ich hier. Mein Fluchtsaal will ich schon haben. Boots-Ticket brauche ich nicht. Ich kann das Boot ja weggefahren. Angeln gehe ich sowieso nicht. Lasse ich auch hier. Dann spiele ich ein bisschen Platz, ey. Äh... Den Münzkopf lasse ich auch hier. Den brauche ich eigentlich auch nicht. So. Und die anderen Sachen kann ich jetzt behalten. Ja, also wie gesagt, das hätte man etwas besser ausbauen können mit dem PC-System. Dass diese Sache mit dem Item-Lagern auch bei den anderen PCs verfügbar wäre. Naja, das ist halt nicht so. Jetzt muss man damit leben. Ich gehe jetzt nicht unbedingt noch was einkaufen. Doch, ich will diese TMs mal alle haben. Wenn die so teuer sind. Aber jetzt kann ich die wenigstens mit mir rumtragen. Dann kann ich mal gucken, was sie bringen. Oh, der hat aber ganz schön... Oh, oh, die sind teuer, die sind teuer. Der hat ganz schön viel im Angebot. Ne, dann muss ich doch noch einmal wiederkommen. Das ist mir doch zu teuer. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann zu viel Geldknappheit habe. Ich bin etwas geizig. Ist ja nicht hier wie bei Kingdom of the Fire, wo man alles immer verbrassen konnte vor einem Kampf, weil man wusste, dass man genug hat. Jetzt fährt es hier dich doch mal, du Mistvieh. Ach ne, hier geht es sowieso nicht lang. Aber ich will erstmal gucken, was das hier ist. Bevor ich mich zu dieser anderen Stadt da begebe. Ah, Random Encounter. Ein Hauya Haku Gange. Den habe ich übernommen und abgeholt. Ja, das war schon gut. Haha. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, was haben wir denn hier? Wie bist du nur hier angekommen? Soll solide Leistung. Aha. Was ist jetzt daran eine solide Leistung? Was zum Geier? Was gibt's hier? Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemanden davon. Du bekommst auch etwas von mir. Herb ihr Held? Aha. Ist für... Oh. 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 Das ist... Das ist gut. Dann bringen wir das nochmal ihm in den Ball. Ich vermute mal, es können meine Flugbuchungen lernen, aber... Keirak versucht. Ja. Aber Keirak kann nicht mehr. Ja. Soll... Ja. Eine andere Faktion zugunsten und von Fliegen vergessen werden. Ja, bitte. Und zwar... Die Wirbelwind. Die verwende ich nicht. Windstoß, okay. Aber Wirbelwind, brauche ich dich. So. Keirak kann fliegen. Endlich hat er auch mal eine gescheite Flugattacke gelernt. Das ist ebenso wie es, was es zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020